hier leute wir kommen zu einem neuen video und dann diesmal zeige ich euch jeden zum micro feldet also also leute ihr müsst halt erst mal reingehen und dann heute töten zum beispiel der macht frieden ist einfach ganz schnell weg vorher deine frist einschlägt ja da schon ein gegner an den ich jetzt und hätten wie eine schulette überraschen würde man kann dagegen nichts tun denn dann auch so gut ist einmal deine fresse um jetzt und jetzt sein weltweiter so und dann nehmen wir den auch mit und ich habe meinen obs einstellung viel zu hoch dass ich fps so viel verliere und den tipp ja schon aufgegeben weil er weiß es bin ich hier leute um was zu drehen glück gehabt weil da war jetzt extra noch gemacht nur für mich ja ihr müsst dann halt immer leute unterschlagen ist ja kann geben wasser und so zählt umsonst keine nicht er denkt wir sehen hier nicht er ist halt auch manchmal von hinten so hingehen denken dann ist hier nicht sieht man müsse so machen wenn da ich eine tüte wenn sonst ein bisschen bleidigen steckt deine mutter rufen so ja genau du huren die ja also etwas angst von mir ist ja merkt man natürlich aber wette das denn nicht von mir ich meine ich bin halt ein wahrer mann gehen kann man nichts tun hier auch einfach mitnehmen die leute kein mitleid haben wir müssten mann werden sowie verzug ist ja ich sehe eine versteckt ein spaß hat nicht was lustig halt schon und dann ja einfach dem nehmen er soll besser als ich eigentlich bin ich noch player gewesen immer was sollen die machen gegen mich ich bin einfach viel zu schluss jetzt frage ich ihnen gucke ein bisschen gelocken also mit so anlocken locken und dann auch schluss er aber noch schlauer nach wie ist sie ja so und dann ist was hier ist gut und ich noch die produzieren weil wenn es fallen drauf sehr gut rein ich bin die gut farm willst du was zu meinem video sagen muss hier drauf nehmen das passiert halt wenn man famous interessiert und ich kann ihn sogar im schlaf töten und bekommt man muss ich sofort abgarten das musste ich noch nicht mehr berichten weil ich bin halt youtube er ist halt auch extra jetzt weil ich habe schlechte städlichen so dass sie auf töten würde ja das war natürlich auch extra und ich ernst möchte hier guck zum beispiel kistchen herbeite ziel bekommen das hat es unfair zu halten du bist du hab ich habe ihn trotzdem bekommen obwohl er viel besser ich würde gehen noch mal jetzt auf ihn mann und wenn so angst vor mir weil ist es ist normal dass man weg läuft kann ich verstehen wirklich eine zucker ja dann müsste die halt auch sofort das kalt tun wir nämlich kurz ja also kann man er gestorben das ist ja alle gerade ja man muss mich immer gerne so als in der plasche und ja nichts gegen tun aber ihr müsst ihn halt einfach einfach benutzen guck ich glaube in das wiesen und ja genau so dass die spieler die du magst und ich glaube ich kann reichen und wenn er mal frech wird dann ausziehen einfach ein bisschen so er lernt das zug er macht muss ich bin als ein besitzt und so auch tüten ja so einfach nur wenn eure mutter morgen sterben sollen schlafen dann müsst ihr das video leiten manchmal ein simpel von mir ist ja das beste dann gehen wie ihr eine ganze base übernimmt ist jetzt ganz aber ich zeige euch das jetzt erst mal immer von trupps kommt man von hinten also geht es nicht hin aber ich weiß was ich meine hier auch ein kleiner fixer wieso assassine von oben kommen die leute müsst ihr überraschen wenn ihr neun unterschied bringt dieses bild zum sogar nicht nur gerade auslaufen hier kein problem für mich weil ich so frech ja aber ihr seht ich habe mir das sagen dann hier ich bin einzig das sagen ja ich bin aber auch eine wilde not weil ich das müsst ihr erlaubt habe und ich möchte gut erklären auch mir ist natürlich so mal kurz hier unterschied kann man seine rüste und meine rüstung an geht dahin und dann einfach raus können 10 herzen holt was wir tun dagegen gar nichts das zeug ich euch gut sich wer es holen werde obwohl ich schalte zu gruppe ist ja siehst du kann nicht so er kann da aber nichts tun man nicht er hat sogar verherzen gehabt leute die gesehen ich mache ja natürlich ziemlich kein problem ja du kannst später im screenshot machen glück erst einfach fallen einfach ist so nervös gewesen dass er was reinläuft und es wird laufen gut sagen das ist ein bisschen nicht überraschend und gibt den effekt an sieht ihr seht ihr was ich meine mann 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 ihr könnt mir alle manches anfragen schicken dann helfe ich euch alle besser zu werden aber wenn ihr weit wenn ihr weiblich seid dann habt ein bisschen höhere chance weil männer müssen das eigentlich alleine hinkriegen jetzt kalt so genau wie ich es euch sagt hat über rückkehrt durch ein weg von mir ist auch normal das fels jetzt überraschend überraschend er kann dagegen nichts tun jetzt zeige ich euch wie es ohne überraschend euch auszieht wenn wer es durchkommt ist wer es da hier guckt gibt immer die sie mit so ist es besser als wäre es so ich sage mal gucken muss auch die objekte benutzen oder gegend so hat nur ein fail weil ich bin umgeknickt ich habe wirklich wieder wer ist und zeige ich euch was ich meine mit die gegenschein der nähe zu benutzen wir warten jetzt kurz bis einmal kommt ja so gut ihr müsst so die gegenstände nutzen ihr müsst immer hier so rum gehen so zack zack ähm da kommt kite schon genau so überraschend auch scheiße was findet gegen wallet machen ja ja das war's mit dem video ich bin der beste vergisst das nicht echt wie das sagen ihr müsst alle auf mich hören ähm ja fickt euer vater